Du bist ein Affe mit Haar. Los, ich will, ich will. Ich wohn das Haar. Ich auch. Hallo Leute. Nico macht jetzt hier an Bord für mich. Nee. Warum nicht? Hast du alles? Och Nico, das ist scheiße für mich. Man muss den Agentar bis immer umstellen. Das ist doch nicht dein Auto. Ne, wer denn sonst? Ich flieg damit auf dich. Das ist nervig von dir. Mission T-Rex. Ja, wo bist du denn? Ja, warte, ich hab noch nicht alles. Ich will los, ich will los. Nee, ich hab noch alles. Zu sorgen. Oh Nico, jetzt flieg ich schon mal nach Hause. Ich bin fast tot bei mir zu warnen. Oh, Digga, stell dich nicht so ein. Das Leben ist hart. Und ich hab so ne Beere gegessen. Oh Junge. Der frisst alles, was er... Ist ja wie in echt. Der frisst alles, was er... Ich nicht, was irgendwie lecker aussieht. Hast du was zum Essen? Jaaa. Ich trink nochmal was. Jaaa. 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 Warte, ich hab nicht mal die helft der HP. Warum denn nicht? Ich... Nee, ich hab dich nicht. Wahien. Ich hab dich nicht. Nein, ich hab einen Knies. Wow. Gibt sich hier verbrannt? Jaaa. Das ist ein Fortnite. Hallo Selah. Wir sind in den Schuhe. Haha, wow. hallo wohin hast du eine flinde schießt wirklich in kopf hast die munition sechs und sechzig ich möchte nicht so die sind die t-rex da wo wir den bieber geholt haben bei phillips insel ja war so dass unser noch mal ich weiß es doch ich kann mit dir angreifen ja weil ich hätte ich was fein gelassen was machst du dann treffe ich auch das gelinn in der luft die märkte der fettgeliecks bis zum seien hallo flieg doch Er hört nicht auf mich und fliegt nicht auf Es wird so ein krampfes T-Rex hier nach Hause zu bringen Ja, den kriegst du schön heil hinaus Da kommst du in Schwinniger Nur bist du sicher wo Philipp gewohnt hat Gut, aber ein T-Rex, da hast du recht So, ich muss jetzt anhalten Muss man nicht laufen Schlimm laufen, sind wir selber Ja, du bist echt der beste manchmal Ich bin abgestiegen Ich weiß wo die insel Auch Ich hab los was probiert Nein Nee Scheiße, das zu halten Er hat mir immer so nichts Ist mir egal Ich will irgendwann mal noch ankommen Der drüben ist er doch Ich sehe doch Es wird gerade an die Eier Es wird gerade an die Eier Es wird gerade an die Eier es ist weiblich dann hat es jedoch vielleicht gefallen wieder läuft es ist voll cool es ist es 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 ein du wk nicht es es die 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 Wollen wir dann den See, äh, dem Fluss entlang, soll ich den Fluss entlang fliegen? Niko? Na, du bringst den Heiler nach Hause. Na, den Tier weg, um ihn zu finden. Achso, ja. Ich sehe halt nichts. Der wird das gleiche nämlich noch mal einmal anhalten. Ich halte hier noch mal einmal an. Das ist schlecht, weil da ist fast die Schildkrille getroffen, Niko. Da ist noch ein Schlafsack. Der rennt nach vorne in der Tür. Natürlich. Na, der ist da hier vorne auch. Ja, warte doch mal! Warum? Du hast die Drecksmission, du musst einfach plus fliegen. Äh, Max! Max! Ja, ich wollte was trinken. Hast du ihn gefunden? Da vorne ist... Ein Alpha? Ne, ein Riesen. Aber auf der anderen Seite ist ein Türweg. Ein Spinner? Ne, hier vorne ist unsere Abfahrt. Ja! Ich weiß das hier von einem Spinner. Nein! Nein! Wir können beide gleichzeitig. Du musst umtaktisch klug sein. Warte, wollen wir... Was wollen wir? Was wollen wir? Was wollen wir? Was willst du? Hä? Was willst du? Na, eigentlich... Ein Spinner ist auch krank. Dann lass den T-Rex zur Insel loggen, oder? Ja. Der rollt Betäubungsscheide raus. Dann knallen wir den jetzt schon mal ein bisschen an. Ja, aber Problem ist, ich seh nichts. Ach ja, stimmt ja. Ich seh nur, wie er dran ist. Schieß da nicht mit den Dings. Ich seh nicht mit den Dings. Ich seh nicht. Der kommt. Ne, kommt doch nicht. Warte mal, ich film schon mal mit den Insel, ok? Das ist scheiße mit den Dings. Das ist ja nicht mit den Petri besser. Warte, ich logg den hier her, ok? Ja, 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 ja. Warte, warte. Warte. Warte, warte. Wem wird jetzt zuerst? Warte, warte. Warte, warte. Der vorne ist glaub' noch ein T-Rex. Auf dem Berg. Oder? Ne, keiner. Niko. Niko? 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 Hauptdachtritt. Niko! Wo ist er denn? Ok. Wie, Problem ist das zu sagen? Beide sind... ...fressen sich gegenseitig. Ne, das denke ich nicht. Und sonst sind die sich schon längst angegriffen. Na guck mal. Die treiben sich nicht an, obwohl sie relativ nah sind. Schau du mal und flieg mal drüber. Welches levit die haben? Warte, ich habe einen Fernbau mit. Mach mal auf anhalten, bitte. Also der Spinno 16 männlich und der T-Rex 24 männlich. Du bist ein Köder. Für beide. Du hast die Munition. Du kannst mir auch die Munition geben. Dann versuche ich irgendwie du versuchst zu fliegen. 1,4. Ich habe einen Stein, noch mit. Jetzt, wer da? Jetzt, bock mal n... Jetzt, wer da? Jetzt, wer da? Jetzt. Was willst du für ein Vieh? Ich würde... Also ich würde beide fühlen. Ach, ach, echt? Ja, Problem ist, dann kommen wir aber noch ein. Der muss weiblich sein. Ja, dann haben wir erst mal einen Spinnohr. t-rex und den rest und danach in der nächsten folge damit sogar eine spinne und das heißt nicht im spiel nur ist auch krank bleibt die markt hier und klar du machst dich ein schöner nicht dafür schön in schädlich du musst fahren bis sie zu mir kommen also wie sieht es jetzt aus nimm was willst du denn haben mach den mal auf einhalten nico dass er dir nicht verfolgt alle anhörten am besten ich möchte den haben ich bin doch mit betäubungspfeil an mit der flinte ich bin doch mit betäubungspfeil ich will doch erst mal schauen ob ich ob die reichweite passt oh ja nico oh oh max oh verkackt scheiße verkackt nico renn scheiße nico wie kann ich von was wie kann ich von was nein 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 der macht kein schaden ich hab dich ich hab dich nein ich hab dich ich hab dich verlohn ich hab dich ich hab dich ich hab dich er macht aber gefühlt den schaden ist er kaputt schießt du auch du siehst nicht warte nimm die flinte und ich sag dir wo der ist okay ich weiß wo der ist dann schießt du mit der flinte ja stimmt der hat keine ausdauer mehr hat keine ausdauer mehr und da ich habe es ist da nicht so auf neutral irgendwie neutral mach dich auf neutral das kann er wieder fliegen oder nico der wenn ich doch verraten ich mache ganz neutral du treck sie ich habe mich haben wir schon unsere kontrolle wieder nein ich bin tot ich bin auch nicht so ein guter spieler dann geht es auch gleich dort du bist dafür zuständig zu fliegen als bestreiber verfehlt der dummer agitavis der stirbt gleich weil er immer wieder angreift dann hat das f*** aus ja da kann ich schon nicht das lässt viel nicht anhängen das ist dumme du dummer agitavis ich sag's dir der macht aber echt gar nicht schade ich war erst tot wo du mich zehnmal losgelassen hast du bist so eine backpack tasche nico gib mir schnell betäubung zeige mir jetzt betäubung ich mag den jetzt so der ist ja eigentlich relativ easy ja im agitavis flieg du weg flieg du weg dieser dumme agitavis ne ich schwörs dir der f*** mich so ab ja flieg den doch weg ja aber ich bin ja nie er fängt weg ich hab den klicken ein Hitsch bin tot es ist aber egal er hat mich verfehlt die erstes in den Tricks agitavis Hilfe aber erst gleich er hat er aber warum hat er jetzt so wenig schaden gemacht irgendwie hat er voll wenig schaden gemacht ja wir haben auch beide eisenrüstung an ja trotzdem ja meine ist kaputt das dauert jetzt weil wir keine nico geben wir bitte mal ein bisschen betäubung schreiber nein nein Bahn ich hasse es ja komm her ja komm her was gibt ihnen jetzt filet am besten und für die ist richtig gut es ist das kann man richtig lange dauern ja ab zum karten zum spieler den wird schätzen wo man denn jetzt jo komm denkst du denn aber ich habe irgendwie das gefühl der spieler ist stärker als der T-Rex ich habe ich habe ich habe ich habe es voll günstig so nicht willst du anschießen oder was soll ich der ist auch viel schneller habe ich das gefühl ich schieße mit und ich habe es hinter ich habe es so müssen er man folgt er dir nicht ich weiß nicht ich kämpfe gleich gegen raptor ja ne gegen iglo wir schießen trotzdem mal ab die rohren rennt da hin ist der dumm Digga hä? was ist denn mit den? ich treffe aber auch nichts doch ich treffe ganze zeit Digga ich treffe und treffe ganze zeit Digga wohin was ist denn mit dem irgendwie ist der komisch nico der spieler oh jetzt kommt er hä? jetzt schwimmt er weg nico holen den agitavis oh so schnell wie der spinno kann ich nicht sein nico schwimmt den agitavis wir holen den jetzt na er hört mich auch bei dir hört er ach Digga da ist ein baum und er fliegt dagegen bist du? auf der anderen Seite schon scheiße nico 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 ich suche mal nach den spinno nico 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 n und ich bin im Wasser Blümwasser ist ganz gefährlich für die Spinner wo sind die? Auch schön, du packst uns das Vieh rüber zu den anderen Fleischfresser Digga, jetzt rennt er wieder weg Ränder die, Raptor Ja, Nico, da musst du dich jetzt mal drin gucken wo man den Agentar ist Nee, Raptor, bitte nicht Hol den Markt, den Agentarys Was ist denn jetzt, Spino? Der ist jetzt der drüben, Digga Wie schnell ist denn der, bitteschön? Hallo, Spino Jetzt habe ich ihn getroffen Zum zweiten Mal getroffen Gesundheit Niko, der rennt nur weg, der Spino Ich habe bald keine Enttäubungsscheide mehr Hast du noch welche, Zino? Nee, ich habe nur meine Pfeiler Wo ist denn der jetzt? Das hat er hinten Ach Digga, der ist ja nervig für den Spino Digga, wohin? Ah, nee, dann scheiß drauf Kannst du schon einmal hinfliegen? Ich sehe nichts, ne? Ah, nee, dann scheiß drauf Ah, nee, dann scheiß drauf Du mein Spino, Alter Der schwimmt weg Der greift mich ja nicht mal an Jetzt, wir haben ihn, Nico Wir haben ihn Oh, also ist das ja nervig gewesen Mit den Spino Der, getroffen hat er bestimmt noch Fleisch, ne? Ich habe eine Enttäubungsscheide mehr Ich glaube, ich bin nur mag eher Fisch Aber was soll man machen? fisch noch fischer sie hast du den t-rex einmal mit den christell war das naja so t-rex mail der ist schon mal 54 prozent der t-rex nico endlich ja siehst du seitdem ich sage was wir machen wir fortschritte seitdem ich gesagt habe ja okay das wohl seitdem aber fortschritte seitdem ich gesagt habe jetzt sind wir wie und wo und dann haben wir es gemacht ich freue mich eher auf den spinnen bin ich bin ich auch ehrlich so schnell wie der grad war doch safe ach du hast ihn schon fisch gegeben zum klick hast du hast doch gesagt scheiß auf die hände gar nicht so nein nein ich hab immer an den spinnen geklappt weiß ich nicht reicht die reichwetter wenn du zum t-rex gehst es wird dunkel nee jetzt wo man fisch braucht sind hier keine ja ist so wies naja da würde ich sagen wir haben jetzt noch mehr als philipp gut wir haben noch keine keine gange aber schon mehr als würde ich sagen tschau leute tschau tschau tschau